Hi! Willkommen zu einem neuen Video mit Findus und mit Sascha. Hallo! Jetzt ist die Frage, wer ist süßer von den beiden? Wer ist süßer? Schreibt mal in die Kommentare Findus oder Sascha? Da habe ich keine Chance. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sagen würde. Nein, Spaß. Aber Findus ist einfach so süß. Das ist unser kleines Baby. Aber er hat nicht die Muscles. Doch, doch. Sie ist unter dem Fett hier versteckt. Ein Workout blind und zwar wir haben jetzt beide eine Augenbinde hier am Start und werden jetzt dann gleich ein Workout von mir durchziehen. Ich glaube, wir machen das 10 Minuten HIIT Workout und zwar blind. Das habe ich noch nie gemacht, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, ein blindes Workout. Es ist nämlich sogar da unten, seht ihr das bei der Nase auch noch so ein Schutz, also wir werden echt nichts machen. Ja, ja. Ja, Kater Airways. Haha. Okay, also ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Es kann sein, dass sich das Licht ein bisschen ändert, denn jetzt geht gerade so langsam die Sonne runter. Boah, jetzt sehe ich nichts mehr. Also ich muss dann Workout raussuchen. 10 Minuten HIIT Workout, oder? Ja, 10 Minuten. Und ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie klappen kann. Wir müssen noch die Sperre reingeben, dass sonst keiner anrufen kann. Ah ja. Okay, also wir sind bereit. Klicken wir auf Play? Ja, klicken wir auf Play. Drei, zwei, eins, los. Wir machen jetzt Heinis und Butt Kickers. Okay. Einfach um warm zu werden. Okay, Augenbinde runter. Oh Gott, da ist irgendwo meine Flasche. Es geht los, es geht los. Butt Kickers, oder? Butt Kickers. Heinis. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie seht ihr mit dem Gleichgewicht? Schwierig. Sind wir schon bei Butt Kickers? Ach so. Genau. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja. Fix. Fix. Wow, wo bin ich? Wo ist vorne? Ja, keine Ahnung. Also ich muss beim Arte testen. Okay. Wir sind jetzt schon schön da. Und es geht gleich weiter mit Half Burpees. Wie geht's dir? Warte, wir müssen dran. Half Burpees. Half Burpees. Ja. Wir gehen runter. Ah, okay. Ah, ich weiß wo ich bin. Ja, wo bist du denn? Achtung, wo bist du? Da. Okay, da. Okay. Ich glaube so. Oder? Ich sehe sie nicht. Ah, wo bin ich jetzt? Oh Gott. Ich bin ja schon bei dir. Scheiße. Ah, schwer. Ich bin falsch. Haben wir genug Abstand da? Keine Ahnung. Oh Gott, ich bin schon wieder bei dir. Ich glaube, ich bin auch bei dir. Bist viel zu nah. Ja, okay. Okay. Jetzt. Hallo. Hallo. Wollen Sie trinken? Gib mir deine Hand. Ah, das Trinken. Hallo. 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 Wo ist das Trinken? Ich bin da unten. Ich möchte die Hand schütteln. Achso. Wo ist das Trinken? Es geht schon weiter. Und zu und auf? Runter, zu und auf. Was? Ja, so Kniebeugen. Kniebeugen. Ja. Ah, ich weiß. So, oder? Runter. Sprung. Hast du's? Ja, ich hab's. Ich hab das Trinken gefunden. Ah, und ist schon wieder weiter gegangen. Oh Gott. Was machst du? Ich bin hingefahren. Boah. Warte, da. Da ist das Trinken da. Hast du das Trinken gefunden? Ja. Hast du das Trinken gefunden? Ja. Ja. Ja, schau. Boah. Boah, ich hab's. Plankchecks. 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 Geh mal wieder. Wo bist du? Da. Wo? Da. Was müssen wir machen? Plankchecks. 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 Plank und dann aufzu. Achso. Wo hört meine Matte auf? Da. Oh Gott, du bist voll nahe. Ich hör dich. Boah. Boah. Das war anstrengend. Das war echt anstrengend. Bauchübung. Und wir machen jetzt Flatterkicks. Flatterkicks? Ja. Jawohl. Warte. Warte. Okay. Hey, ich wollte da was trinken. Achso. Egal jetzt, erzähl mir. Flatterkicks. Oh. Hä? Hä? Achso. Sieht man mich überhaupt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob wir ein Pilz sind. Also, falls man mich vermisst. Warte, jetzt kriegst du was trinken. Schau. Bitte. Eine? Ja, perfekt. Beinübung für euch. Achso. Beinübung. Welche? Ausfahrtssprünge. 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 Das wird schwierig, glaube ich. Okay. Es geht los. Boah. 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 Volles Tempo. Boah. 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 Hier ist das krass. Oh Gott. Mach das mal blind. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe echt so entschläffelt. Ich bin ganz da runter. Ich bin jetzt hier auf dem Mountainklimber. Mountainklimber! Mountainklimber! Immer geil! Warte! 6! Und dann einen Sprung in die Luft. Was? 6? Und dann einen Sprung in die Luft! Eins, zwei, drei, vier, sechs... Ach so, sechs? Okay. Hilfe mal! Auf! Ja! Hallo! 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 Okay! Zehn Sekunden sprinten! Das ist jetzt richtig finster geworden! Da ist wer glaube ich! Da ist wer da! Da irgendwo steht wer! Ich glaube ich habe einen Menschen gesehen! Was müssen wir machen? Sprinken! Auslockern! Ach so, es geht schon wieder los! Muss mich drehen! Also wenn da jemand ist! Wenn da jemand ist! Hau ab! Lockern! Draht mal! Draht mal! Pushen! Oh Gott! Scheiße! Wo ist vorne und hinten? Wo ist jetzt die Matte? Schatz, wo ist die Kamera? Ich weiß nicht! Wo ist die Kamera? Wo ist die Matte? Schnell! Da ist die Matte! 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 Was willst du machen? Plank und aufdrehen! Plank und aufdrehen? Ja! Wie? Also auf den Händen Plank! Und nach links und nach rechts! Die Hand nach oben strecken! Ach so! Jetzt wäre ich fast umgefallen! Letzte Übung! Was? Was? Gibt es jetzt? Burpees! 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 Jetzt! Gehen wir nochmal Gas! High Five! Ok! Burpee! Ok! Geht sie los? Los! Ja! Boah! Super! Ja! Ja! What the fuck! Mein Impelmann! Mach mir auf 3, 2, 1 auf! Ok! 3, 2, 1! Wow! Scheiße! Scheiße! Wir waren ja ganz woanders! Scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Was war das? Das war lustig! Jetzt bledet es richtig! Ich fühle mich gerade, als hätte ich das alles nur geträumt! Und es wäre dann jetzt so aufgewacht! Das war geil! Sogar im Traum verbrennen wir Kalorien! Oh Gott! Also ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren! Und vor allem mit den Kreisen! Oh Gott! Ich habe keine Ahnung, ob jetzt alles auf dem Video drauf ist! Ob man uns immer gesehen hat! Immerhin! Es ist noch Play! Das passt gut! Es ist Play! Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob wir drauf fahren! Oh Gott! Das war geil! Also das war wie normal eine heftige Idee von euch! Ja! Das war echt ein... Entschuldige! Du hast aber kein High Five gegeben! Das war eine super Idee von euch! Das war echt eine super Idee von euch! Also wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt! Einer hat zum Beispiel mal geschrieben, ein Workout in Ritterrüstung! Also das wäre echt heftig! Aber keine Ahnung, wo haben wir eine Ritterrüstung! Wie soll das funktionieren? Wir haben nirgends eine Ritterrüstung! Wir fragen mal auf einer Burg nach! Ja! Aber her damit mit euren Ideen! Also wir sind da wirklich... Ja! Ihr seid da herzlich willkommen! Ja! Also schreibt uns eure Ideen um, wie euch das Video gefallen hat! Ihr seid da herzlich willkommen! Nein, ich kann gar nicht mehr reden! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!